Ein gefeuerter Nintendo-Mitarbeiter hat einen streng behüteten Datensatz geleakt, in denen das Unfassbare zu sehen ist. Und zwar wird es nach dem aktuellen DSC vermutlich ein Mario Kart X Spongebob Crossover geben, bei dem es möglich sein wird, sechs weitere Charaktere zu spielen. Zum einen haben wir hier Spongebob in seinem allseits bekannten Burger Kart, Patrick in dem Boot aus Mrs. Puffs Bootsfahrschule, Tadeus gibt es auch, Mr. Krabs auf einem Krabbenfahrzeug, den allerechten Bösewicht Plankton und zum krönenden Abschluss haben wir da noch Sandy. Wie ihr seht, sind manche Charaktere noch etwas verglitscht, jedoch liegt dies daran, dass sie sich noch in der Beta befinden. Was sagt ihr, werden wir demnächst diese Erweiterung bekommen und was haltet ihr davon?